Willkommen zurück zu die Seta, das Erbe der Könige. Ich hatte eigentlich gerade eine Aufnahme gemacht, aber kurz am Anfang war irgendwie so ein Zaunproblem. Also ich glaube höchstens... Ach, ich lade jetzt einfach das. Okay, aus unheimlichem Grund ist ein Zaunfehler. Also das Messer einfach nicht funktionieren. Toll, wegen Einstein. Ja, ich weiß, ich hatte vorhin schon gesagt, ich hatte von so einem Arzt... Geht sofort weiter. Hä? Das war gerade laut? Ja, wie ihr wünscht. Ah, klar, ich möchte das nicht verstehen. Was ich sagen wollte ist, ich hatte das letzte Mal vergessen, automatisch hier so selbstständig zu speichern. Deswegen kann es vielleicht sein, dass vielleicht ein bisschen was weg ist oder sonst irgendwas. Also was gezeigt wurde, aber dass es jetzt wieder ein bisschen fehlt. Ich bin da gerade sehr unsicher. Okay, gut, ihr habt vorhin noch einen weiteren Spielstand gesehen, aber das ist erst heute passiert. Man sieht es ja auch auf dem Datum. Ähm, das hier zum Beispiel habe ich am 23.03. aufgenommen und den hier seht ihr ja am 7.12. So, aber in der heutigen Aufnahme werde ich heute das erste Lager von die Banditen angreifen. Und noch vielleicht die anderen zwei. Also zwei sind definitiv drin. Wer weiß, vielleicht schaffe ich heute auch noch... Ähm, das Level zu beenden. Ich denke mal, so eine kleine Armee reicht ja. Oh, Schwefel. Feine sind in der Nähe. Da kommen die. Quillgeister. Die sind so schwach. Sicher. Auf sieh! Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Natürlich. Ähm. Jupp. Feinde greifen eure Häuser an. Es war klar. Jawohl. Es ist Zeit. Ausgerechnet wieder... Gerne. ...die Sägemühle darunter leiden muss. Aber gern. Es ist Zeit, Gruppe 1. Es ist Zeit, Gruppe 1. Ausbau vollbracht. Fertig. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Feinde greifen euch an. Natürlich. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja. Aber sicher. Schaut in die Ferne. Aber hier sind doch Rohstoffe. Nein, die Rohstoffe wurden... Hier sind solche Minen gemeint. Yeah. Aber sicher doch. Genauso wie bei den Helden braucht es auch ein bisschen. Also zumindest die hier. Das glaube ich auch. Oder wie bei den Dieben halt das mit der Bomben... Äh, mit den Bomben legen. Zeitag. Natürlich. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Dann ist es gut. Mache ich. Ich muss diese Morde zerstören. Damit keine neuen Gegner respawnen. Helden! Sicher. Ah! Attacke! Feinde haben einen Held attackiert. Mit dem größten Vergnügen. Pilgrim ist am Ende seine Kräfte und sank zu Boden. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Fürchtet die Wunde nicht länger. Nehmt das. Ich stecke in Schwierigkeiten. Helft mir! Glaubt nicht, ihr könnt mir entkommen. Jawohl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr werdet angegriffen. Auf sie! Zeitag. War unnötig, dass die... ...dass Pilgrim und Darö gefallen sind. Ihr Arschlöscher! Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Den einfachen Grundschafter getötet. Das kann ich. Nein, Mohammed. Das ist sein. Ja! 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 Ausbau verraten. Okay, das ist schon verwunderlich, dass ich das nicht zerstören kann. Das Gebäude ist ausgebaut. So, der nächste ist hier und ansonsten ist hier noch einer. Die werde ich jetzt als nächstes angreifen. Aber Gern! Wird erledigt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ah. Das könnte ein bisschen lauter werden. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich mach mal die Helden auf 1. Und die ganzen Kanone. Mach ich. Fertig. Ja, auf 2. Und einer ist doch zerstört worden. Jawohl. Wird gemacht. Das kann ich. Jawohl. Natürlich. Kein Problem. So. Ja, das ist gut. Ja. Wir leiden das. Mache ich die alle kurz mal auf 5. Ja. Solange jetzt da keine Ritter rauskommen. Sofort. Seid unbesorgt. Lauf doch gleich direkt in die Arme. Seid unbesorgt. Entweder sie haben nur einen Durchgang. Oder. Die haben 2. Abtacke. Auf in den Kampf. Für euch doch immer. Eine eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Natürlich. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Gut, dass ich nach Yuki habe. Sieht durch mein Fernglas. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Bis in den Tod. Ergreift sie. Achtung mit der Kanone jetzt. Spürt die Klingen. Auf in den Kampf. Wird erledigt. Ihr werdet angegriffen. Ja. Gerne. Ja. Gerne. Yuki sank regenslos zu Boden. Dafür sind wir genau die richtigen. Jawohl. Okay. Hierfür brauche ich wieder Pilgrim. Kann er jetzt gerne meinetwegen jetzt freispringen. Freispringen. Nicht freispringen. Es sei. Ach kommt mal her. Ich werde mich darum sorgen. Bein Kalifen. Euer Wunsch ist mir befehl. Okay. Die hatten vier Eingänge. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gut zu wissen. Ich bin schon unterwegs. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Was ist das für ein Tor? Aber sicher doch. Das mache ich. Ja. So mit dem brauche ich jetzt den letzten Zugrund. Ja ist gut. Für euch doch immer. Bissen an. So. Na haben wir schon wieder 15 Minuten. Jawohl. Ach so. Das dient als großer Eingang. Alles klar. Oh hier ist auch noch ein Eingang. Sehe ich gerade. Findet den Weg zum Handelsposten Alzarq im Südosten. Und sprecht dort mit Romeo. Dem Sohn des Handelsherren von Montague. Wenn er je dort angekommen ist. Also. Das war wohl schon offensichtlich ja. Dass es jetzt hier Romeo ist. Bin schon dabei. Wenn ihr schon beginnt anschauen sagt. Bei Mohammed. Ist sein. So Kumpel. Du kommst zurück. Zahltag. Und noch hier eine Verteidigung. Dich baue ich aus. Die Rohstoffe fließen wieder. Das ist gelb. Die sind hier auch, gell? Das Gebäude ist ausgebaut. Für euch doch immer. Das Gebäude ist ausgebaut. Aber sicher doch. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Ja. Gut. Für euch doch immer. Ausbau fertig. Ja. Es ist nur leicht verwirrend. Ich tue mein Bestes. Ich hab getan, was ihr wolltet. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. Der Hammel Pilgrim. Kann ich jetzt noch den Rest aufdecken. Für euch doch immer. Mit dem Kundschafter. Mit Daryl werde ich hier auch noch aufdecken. Bevor ich das letzte Lager angreife. Wie ihr wollt. Wenn es auch nur der letzte war. Hier fast wieder für Pilgrim. So gut ich kann. Zeitag. Oh, das ist sehr gut. Ja. Kein Problem. Wie ihr wünscht. Sieht durch mein Fernglas. Ausbau vollberatet. Yuki ist angekommen, sehe ich gerade. Ansprechen werde ich die noch nicht. Ich zeige euch den Weg. Denn dann startet die Endphase. Schaut in die Ferne. Oh. Das Gebäude ist ausgebaut. Diesmal gehen sie nach unten. Vier Reiter haben sie überlebt. Ausbau vollbracht. Solange die meine Leibeigener nicht angreifen. Beide euch doch mal, ihr Hänse. Wie ihr befehlt. Leert sie das Fürchten. Eine kleine Gruppe, aber dennoch. Und jetzt wieder ab, oder was? Wenn ihr meint. Sehr wohl. Ich spreche die so weit an. Wenn...